Den rosa oder grauen Führerschein der Klasse 3 hat nicht nur ich im Geldbeutel, sondern viele von euch auch. Und dass hier der Zwangsumtausch auf uns zukommt, ist auch bekannt. Aber worauf jetzt zu achten ist, damit wirklich alle Klassen übertragen werden, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Mein Name ist Christina Benecke und wenn ihr genauso wie ich die Führerschein Klasse 3 gemacht habt, dann dürft ihr 3,5 Tonner führen, aber natürlich auch 7,5 Tonner plus Anhänger. Das heißt, Gespanne bis 12 Tonnen sind für uns kein Problem. Wer außerdem die Klasse 3 vor dem 1.4.1980 gemacht hat, darf sogar Leichtkrafträder bis 125 Kubik führen. Um euch jetzt ein Gefühl für die Klassen zu geben, wer aktuell im neuen Buchstabensystem nur eine PKW-Klasse B erwirbt, der darf tatsächlich nur 3,5 Tonnen mit einem ganz leichten Anhänger führen. Ja, auch wir müssen uns von diesen Schätzchen im Geldbeutel trennen. Wenn ihr das genaue Datum für euren Umtausch erfahren wollt, dann klickt euch rein auf die adhc.de. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nutzt dort gerne unseren Führerschein Umtauschrechner und ihr erfahrt mit zwei Klicks das konkrete Datum. Bei einem Umtausch unserer Führerschein Klasse 3 bekommen wir die Klassen B und BE eingetragen. Das deckt den normalen PKW mit 3,5 Tonnen plus Anhänger ab. Aber jetzt wird es ja interessant erst für uns, denn uns geht es ja primär um diesen 7,5 Tonner, den man ungern verlieren möchte. Und genau dieser Teil fällt nach dem neuen EU-Buchstabensystem in die LKW-Klassen. Ja, ihr habt richtig gehört, C-Klassen sind LKW-Klassen. Und deswegen wird jetzt die Klasse C1, das ist dann der 7,5 Tonner, und C1E, E steht für den Anhänger, eingetragen. Damit die Gespanne bis 12 Tonnen sicher sind. Wer außerdem die Klasse 3 vor dem 1.04.1980 gemacht hat, bekommt zusätzlich die A1 eingetragen, steht für die 125er. Nein, diese Klassen unterliegen keiner ärztlichen Untersuchungspflicht und sie sind auch nicht inhaltlich befristet. Lediglich die Checkkarte, die ihr ausgestellt bekommt, die läuft nach 15 Jahren ab. Das bedeutet, nach 15 Jahren müsst ihr euch einfach neu ausstellen lassen. Aber jetzt kommen wir zu den Ausnahmen. Und jetzt wird es interessant. Mit dem Führerschein der Klasse 3 könnt ihr also Gespanne bis 12 Tonnen problemlos führen. Bedeutet, an den 7,5 Tonner kann man Anhänger dranhängen und dieses Gespann hat dann maximal 12 Tonnen. Aber jetzt wird es interessant. An den 7,5 Tonner kann man natürlich wesentlich mehr dranhängen und ihn auch noch mit der Fahrerlaubnis Klasse 3 führen. Wir reden hier über Gespanne über 12 Tonnen bis zu 18,75 Tonnen. Das wird eingetragen in der neuen EU-Scheckkarte mit dem Buchstaben CE und der Schlüsselziffer 79. Dieser Bereich ist befristet auf euer 50. Lebensjahr. Das bedeutet, vollkommen unabhängig vom Umtausch, wenn ihr noch einen rosa oder grauen Führerschein habt, aber das 50. Lebensjahr bereits erreicht habt, ihr seid zum Beispiel 53, dann dürft ihr genau dieses Teilstück über 12 Tonnen schon jetzt nicht mehr führen. Wenn ihr euren Führerschein jetzt aber tauscht und eine ärztliche Bescheinigung vorlegt, dass ihr also fit genug seid, dann bekommt ihr auf Antrag die Klasse CE 79 eingetragen. Wer noch nicht 50 ist, muss die ärztliche Bescheinigung nicht mitbringen. Wichtig, die Klasse CE 79 könnt ihr privat nutzen. Wer sie beruflich braucht, der muss noch ganz andere Vorschriften beachten, aber darum soll es heute nicht gehen. Ja, wer von euch jetzt zwar die Klasse CE 79 beantragt, aber in ein paar Jahren feststellt, den ganzen Aufwand möchte ich eigentlich nicht mehr machen, ärztliche Bescheinigung, Befristung, die Kosten, die damit verbunden sind, der hat kein Problem. Er kann die Klasse einfach auslaufen lassen. Denn alle anderen Klassen, die in der Checkkarte eingetragen sind, bedeutet den 3,5 Tonner, den klassischen 7,5 Tonner, die Gespanne eben bis 12 Tonnen, die könnt ihr problemlos weiterfahren, auch wenn die CE 79 ausläuft. Wenn ihr jetzt noch mehr zum Thema Führerschein-Zwangsumtausch wissen wollt, dann empfehle ich euch unser entsprechendes Video dazu. Bis zum nächsten Mal.